Schön Gut dann gehen wir durch, ne? So Hier oben ist eine Statue und oh mein Gott, n' Koch kommt oh Sche muse Ahh, hab ich gesehen! Hab ich auch Hab ich Jetzt kommt der Lift runter Ich seh nur so Er steht da. Und plötzlich fällt er los. Verdammt, ich will die verfluchte Statue haben. Ich auch. Okay. Er hat mich schon wieder. Das macht Sinn, dass er mich da gesehen hat. Nichts. Ach, schon wieder. Einfach weiter. Müssen wir ins Klo springen? Oder was ist los? Ja, müssen wir. In das erste Klo. In das erste Klo. In das erste Klo. Ja, nee, da hat er mich ja gesehen. Echt? Okay, mich nicht. Okay. Gut. Jetzt hat er mich auch nicht gesehen. Aber was jetzt? Genau. Wir müssen trotzdem noch die Statue haben. Ich auch, aber die kriegen wir ja so irgendwie nicht. Okay. 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 Ja, gut. Ich glaube, man kommt wieder zurück. Man kann wieder ein bisschen zurückkommen und dann noch die Statue erholen. Nein! Ja, aber wie, Sascha? Wie? Bin jetzt hier in einem Raum gefangen und kann nichts machen? Was muss ich tun? Na, na, na. Schau mal in den Hintergrund. Es ist im Hintergrund. Das sag ich dir nicht. Ich kann das verraten. Das ist ein bisschen deine grauen Zellen anstrengend. Ich sehe den Eimer mit dem Klopapier rollen. Ich sehe so einen komischen Trog. Das hat was damit zu tun, was genau, mehr oder weniger genau in dem Moment passiert, als er die Tür zuschlägt, wenn er wieder rausgeht. Ja gut, die Tür ist schon zugeschlagen, also von daher. Eben. Und was ist dann passiert? Da ist eine komische Dose runtergefallen. Ja. Weiter. Und mit der Dose kann ich aber auch nicht viel anfangen. Du musst mit der Dose im Hintergrund was machen. Den Spiegel zerstören. Okay. Ah. Nice try. Ja, ich habe auch ein kurzes Momentchen gebraucht, bis ich das gepeilt hatte. Und dann... Sehr subtil. Ey, das Spiel ist der Hammer. Okay. Jetzt oben über die Lüftungsschächte wieder zurück. Ich will gar nicht wissen, was er gerade da unten bearbeitet. Hinter der Wand. Hauptsache, ich falle jetzt nicht runter. Jetzt kommen wir zu der Statue. Okay. Und jetzt kann ich in den Aufzug rein. Jo. Oh mein Gott, ist das creepy. Das wird doch schlimmer. Das wird doch schlimmer. Das sagt nicht sowas. Nein. Ich will das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, wie komme ich hier raus? Was? Nein. Ah. Ich bin gestorben. Diese creepy Gestalten, ey. Ohne Scheiß. Und wie schnell die krabbeln können, die fetten Bister. Ja, Mann. Scheiße. Alter. Und wir haben schon wieder Hunger. Sehr schön. Oh, du bist schon weiter. Alter. Ja, ich bin jetzt durch die Tür durch. Nach der Latterne. Mal schauen, was es jetzt zu essen gibt. Achter. Ja gut, hier gibt es mehr als genügend Futter. Würde ich mal behaupten. Hier in der Behebung zumindest. Eine Wurst. Ja, und das Zipfel mit dem Männchen hältst du mir noch hin. Hi. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Krasser Scheiß. Er hat mich die Wurst gegessen. Und das BOOM im Hintergrund. Boah. Oh shit. Da oben ist eine Statue. Ich dachte, ich bin ein gutes Wesen. Dachte ich auch. Wenn du an der Luke stehst. Oben. Auf der nächsten Etage. Too late. Bin schon durch. Was? Okay. Ich habe sie nicht gesehen. Oh, die Lady. Die Lady ist wieder da. Genau. Du musst jetzt einfach nach links rennen. Oh, die schwebt. Da ist eine Statue. Ach so, ja. Du weißt sie. Ah, das meinst du. Oh Gott. Die Lady schwebt. Die Lady ist creepy. Was ist mit der Dose hier? Die brauchst du für einen Schalter. Oh ja. Offensichtlich. Ja gut, hier sind mehrere Dosen dafür. Oh, so soll es ja nicht sein. Und Knoppy. Und BAM. Okay. Paarstuhl. Ich glaube, wir sind nah am Ende. Meinst du? Ich habe das Gefühl. Ja. Nee. Ah, doch schon. Oh Gott. Die Kleiderhalter links und rechts zur Wahl. Hier ist ein Vorhängerschloss. Und für mich macht das nur überhaupt keinen Sinn, dass die Vorhängerschlüsse alle so niedrig hängen. Bilder an der Wand finde ich viel verstörender. Ganz ehrlich. Oh Gott. Die Musik. Sie singt. Tick, tack. Tick, tack. Oh mein Gott. Hi Lady. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Zeigt sie jetzt ihr wahres Gesicht? Von einem zersplitterten Spiegel? Ich wollte gerade ausprobieren, was passiert, wenn sie mich entdeckt. Und wow. Da ist eine Statue, die ich haben will. Okay, ich bin im Schlafzimmer. Was? Ich bin hinter dem Schrank. Wie geht's dir weiter? Wie bist du weitergekommen? Kann man hinter ihr vorbeilaufen? Ja. Kann man. Aber die schaut doch in den Spiegel. In einen zersplitterten Spiegel. Die schaut trotzdem in den Spiegel. Da punktet sich, ich komme im Schlafzimmer nicht weiter. Warte, warte. Da ist ein Bild, was halb verdeckt ist und sehr verstörend aussieht. Zerbrich mal die Vase. Mit dem Auge drauf. Ah, okay. Ja, ich war gerade schon auf dem Bett drauf und wusste nicht, was es soll. Okay. Oh, ja. Sie hat aufgehört zu Summen. Ja, bei mir auch gerade. Ich habe mich instant unter den Bett versteckt. Aber sie kann nicht. Fuck. Wir haben ein Problem. Sie ist weg. Sie ist weg. Hä? Okay. Nein, 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 nein. Nicht den Schlüssel fallen lassen. So, jetzt noch schnell die Figur kaputt machen. So. Gut. Wo ist die Lady hin? Hallo? Sie summt noch. Was macht sie? Hm. Sie summt doch nicht. Die Vase im Hintergrund. Nein, 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 nein. Das gehört zur Hintergrundmusik. Okay, ich bin jetzt auf dem Schrank drauf. Aber da gibt es auch nichts. Auf was für einem Schrank drauf bist du? Wo sind wir hin? Gott. Wieso ist es hier so halt? Das Summen im Hintergrund macht mich echt nervös. Ah! Und wo soll hier verdammt nochmal ein Schlüssel sein? Unten. Ja, wo unten? Ja, unten, wenn du runterläufst, dann siehst du es. Das ist doch nicht zu übersehen. Wie hast du dich im ersten Moment übersehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da war er, da war er. Lass mich, Lady. Lass mich, du, ey. Oh, mein Gott. Ich habe hier weder einen Schlüssel noch eine Lady, die mir ans Leder will. Lauf einfach die Treppe runter. Ja, okay, und dann? Ja, da siehst du es. Wenn du das nicht siehst, bist du blind. Bei mir liegt kein Schlüssel. Ohne Scheiß. Was? Ach, du suchst den Schlüssel an sich, nicht das Schloss? Den Schlüssel? Hast du nicht die Vase zerbrochen? Habe ich. Ja, da liegt doch. Ja, natürlich. Okay, dann bin ich zu schnell weitergelaufen. Ich dachte jetzt schon, oh mein Gott. Oh, my friend. Das Spiel macht mich fertig, ohne Scheiß. Okay. Das Summen von ihrem Hintergrund. Oh Gott, ist das krank. Ja gut, da ist der Schlüssel. Okay. Sag mal, wenn du die Tür aufgemacht hast, dann ist das Schloss. Kommt jetzt die Lady wieder? Nee, nee. Noch nicht. Alter. Dieses Game, creepy. Dieses eine Bild an der Wand, wenn du die Treppe runterläufst, sieht fast aus wie der Koch als Kind. Oh, ich kann es dir nicht mehr sagen, die Tür ist zu. Ich komme nicht mehr zurück. Aus. Fetzen zusammengenäht. Okay, ich schließe gerade die Tür auf. Okay, nice. Okay. Weiter geht's. Yo. Oh mein Gott. What's going on here? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nicht mehr nicht. Ich bleib ständig irgendwo hängen. Oh mein Gott. Okay, Treppe hoch. Irgendwas ist schon wieder mit mir. Ach, ich dachte schon, es wären Menschen. Es sind nur Puppen. Oh mein Gott. Aber ich muss mich hier ein bisschen umschauen. Hier müsste doch irgendwas sein. Eine Laterne oder irgendwas. Eine Puppe zu zerbrechen. Okay, bist du auch gerade in dem Raum mit den ganzen Puppen? Ja, 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 ja. Also eigentlich musst du nur rechts die Holzbahn rausziehen. Ja, schon klar, schon klar. Ich meine, vielleicht dachte ich, ich dachte mir hinten im Hintergrund ist vielleicht eine Lampe versteckt oder sowas zum Anzug. Ja, wenn du was findest, sag Bescheid. Ich schau auch noch mal kurz nach. Also ich hätte jetzt nichts gesehen. Ich stehe jetzt da, wo ich die Planke rausgezogen habe. Okay, nächster Raum. Oh, oh, oh. Siehst du das? Den Spiegel? Ja. Auf dem Kissen? Ja. Rinnerst du dich an den? Ja, den müssen wir, glaube ich, zerbrechen jetzt, oder? Würde ich? Nee, der zerbricht nicht. Ja, ich würde, ich, ist mir auch gerade aufgefallen. Was mache ich da? Vielleicht müssen wir ihm irgendjemanden gegenüber halten. Warte mal kurz, kann ich den Schrank hier aufmachen? Ja, vielleicht, vielleicht tötet sich dann die Lady selbst. Ich nehme ihn dann mal mit. Hm. Oh, hi Lady. Oh, Gott. Ja, okay. Oh, mein Gott. Oh, oh. Oh, mein Gott. Was hat mich jetzt gerade zerstört? Ich bin einfach zu Staub zerfallen. Zu Staub zerfallen? Okay. Ich habe mich versteckt. Und bin einfach zu Staub zerfallen. Okay. Ja, das ist mir nicht passiert. Mich hat die Lady erwischt. Das ist ein Bossfight. Ei, 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 ei. Oh, nein. Ich sterbe einfach. Keine Ahnung, was ich machen soll. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ich bin immer noch der Meinung, es ist ein Mädchen. Ja, stirb, Lady. Stirb. Ah, ins Zentrum laufen. Und da ist sie weg. Okay. Ich sterbe einfach nur. Was hast du getan? Wo bin ich das Licht mit dir? Ja, welches Licht, frage ich mich gerade, weil ich renne Richtung Lady mit dem Spiegel in der Hand. Mhm. Sie verschwindet. Genau. Und dann taucht links ein Lichtschein auf, ein Lichtpunkt. Links, okay, dann renne ich mal direkt weiter. Also bei mir war es links. Ja, okay. Ja, 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 ja. Und dann ist es eigentlich offensichtlich, was du machen musst. Finde ich. Okay. Ich habe zumindest jetzt rausgefunden. Ich war zu nah an ihr dran, aber ich war am Lichtkegel. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. 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 Oh Gott. Schön. Was zur Hölle mache ich jetzt mit ihr? Hey. Wow. Wow. Okay. Okay. Wow. Huh? Halb. Halb, Halb. Halb, Halb.